Der Bodensee, auch das Schwäbische Meer genannt, ist eines der beliebtesten Ausflugsziele der Deutschen. Nach dem Schwarzwald kommen an dem Bodensee pro Jahr circa zwei Millionen Besucher. Man kann den Bodensee vielseitig erleben. Einmal mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Auto. Natürlich kann man auch eine tolle Schiffsreise machen auf dem Bodensee, vom Bootmann bis nach Bregenz. Und man ist vier Stunden auf dem Schiff. Wir haben uns für das Fahrrad entschieden. Es gibt sehr viele Vermietungen, die die Räder anbieten. Und wir haben auch unser Elektrofahrrad gefunden. Und los geht es von Überlingen nach Lindau. Über Birnau, eine tolle Tour und die ersten Ziele werden wir für Sie einfangen. Wir werden nicht die ganze Tour auf einmal machen, sondern in Meersburg übernachten. Wir freuen uns auf die Tour und relaxen natürlich auch dazwischen. Wir verstehen den Urlaubsrand an dem Bodensee. Wir haben es erlebt per Fahrrad, zu Fuß und auf dem Schiff wie Georg und Fredolin. Sie sind von Lindau mit dem Schiff zurück nach Überlingen. Und jetzt geht es ganz toll. Fisch essen, natürlich die Bodenseeforelle. Ein toller Tag, ein tolles Urlaubsgebiet. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020